Was ist die Gelsa Selana? Wir sind zum ersten Mal live hier und senden auch zum ersten Mal in deutscher Sprache live, denn MTH1 kennen Sie sicherlich, die senden über Satellit in Urdu und auf Englisch und wir, wie gesagt, zum ersten Mal auf Deutsch. Und wir begrüßen nun hier am Pult Herrn Hamad Hertha, er ist der stellvertretende Vorsitzende der Humanity First, der Hilfsorganisation der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Herr Hertha, As-Slamu Aleykum, vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, auch kurz dabei zu sein. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen auch von der schlimmen Flut in Deutschland gehört und auch mitbekommen, dass es die gab, die wird auch als Jahrhundertflut bezeichnet. Was hat die Ahmadiyya Muslim Gemeinde ganz genau getan und auch vor allem auch als Unterstützung für die Menschen, die jetzt notleidend in diese Not gekommen sind? Ja, bismillahirrahim, wir haben die Bilder gesehen und waren natürlich sofort ergriffen, wie jeder andere auch. Ich denke, dass die meisten Ahmadi sofort angefangen haben, erst mal für die Opfer zu beten, dass möge Allah sie vor weiterem Schaden bewahren und möge Allah solche Möglichkeiten schaffen, dass den Leuten geholfen wird. Aber wie die Lehre des Islams uns ja beigebracht hat, reichen Gebete alleine nicht, sondern es müssen auch konkrete Anstrengungen unternommen werden. Das Erste, was als Soforthilfe stattgefunden hat, waren die Khuddam, das heißt unsere Jugendlichen. Sie haben dort, die leben dort in der Nähe. Sie waren zwar, ich weiß noch keinem Ahmadi, der selbst betroffen war, aber einige leben dort in der Nähe. Sie sind einfach dorthin gefahren, haben angefangen, Sandsäcke zu füllen und Sandsäcke zu tragen und so weiter. Da haben einfach das gemacht, wo sie sich mit einbringen konnten. Dann ist auch die Khuddam al-Ahmadiya, die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat, gemeinsam mit Humanity First in die Krisengebiete gefahren. Wir haben erst mal geschaut, wo wir konkret helfen können. Wir haben schnell gesehen, dass in technischer Hinsicht ist man hier in Deutschland gut aufgestellt. Das THW, das Deutsche Rote Kreuz und so weiter, da gibt es Katastrophenrettungszüge, die sind speziell dafür trainiert, ausgebildet haben, schweres Gerät, die waren dort vor Ort und wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen, wie können wir uns noch mit einbringen und man hat uns dann hier und da eben mitgeteilt, an den und den Stellen bräuchte man Manpower und hier und da wäre noch ein Engpass in der Nahrungsversorgung. Das sind genau die Bereiche, die wir ad hoc ohne weiteres zur Verfügung stellen können. So haben wir dann auch in Magdeburg nochmal speziell Khuddam hingeschickt, haben dort mit Essen nachgeholfen, ausgeholfen, auch mit Arbeitskraft. In Meißen wurde auch eine Versorgungsküche für Leute, die evakuiert wurden aus ihren Häusern und in einer Schule untergebracht wurden, hat man dort eine Versorgungsküche eingerichtet. Also das heißt, das was Sie eben angesprochen haben, also das heißt, Deutschland ist ja so weit entwickelt, dass, wie Sie schon sagen, das Technische ist ja so weit alles da. Also man kann ja, man hat ja die Bilder auch gesehen, die gravierenden Bilder, wo auch die Dämme gebrochen worden sind. Und die Frage trotzdem nochmal, was Sie ganz genau und konkret machen konnten. Also ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, einfach irgendwo hinzufahren, jetzt nach Magdeburg in dem Fall ja, und einfach irgendwo Hand anzuleißen. Denn Wasser ist ja schon gewaltig. Was haben Sie ganz konkret dann auch in den Regionen auch unterstützen können? Also wie ich schon gesagt habe, einmal in Magdeburg haben wir tatsächlich Sandsäcke gefüllt und wir haben eine Lieferung an einen Ort gebracht, wo hauptsächlich Helfer eigentlich tätig waren. Und da gab es einfach einen Engpass mit der Nahrung, sind unsere Leute einkaufen gefahren und haben das dort hingebracht. Das haben wir koordiniert mit den zentralen Rettungsleitstellen. Also wurden überall zentrale Büros eingerichtet, die am besten noch den Überblick hatten, wo gerade wer benötigt wird. Mit denen haben wir sofort, als das in den Nachrichten war, von unserer Zentrale aus Kontakt aufgenommen, haben überall unsere Kontaktdaten hinterlegt und die haben uns dann auch kontaktiert. Zum Beispiel auch in Deggendorf, da hat man uns schon fast ein bisschen schamhaft kontaktiert, weil man hat gesagt, okay, dort, wo die Flut tatsächlich gewütet hat und wo die Häuser unter Wasser stehen und unter Wasser standen, wo jetzt wirklich schwere Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät stattfinden, dort haben wir genügend Leute. Aber wir haben an manchen Außenposten zu wenige Leute. Zum Beispiel hat man in einem großen Parkhaus, man hat das Parkhaus von den Autos befreit und hat in diesem Parkhaus ein Spendensammelzentrum eingerichtet, weil ja wirklich viele Haushalte, viele hunderte Haushalte in Deggendorf davon betroffen waren, dass das komplette Erdgeschoss geflutet wurde. Das heißt, alles, was dort war, war erst mal Müll. Und so haben sie dort ein wirklich großes Parkhaus eingerichtet und haben von überall aus der Region Spenden gesammelt, Kühlschränke, Kleidungsstücke, Putzsachen, also alles, was man einfach braucht, um einen normalen Haushalt zu betreiben. 300 Tonnen Sachspenden sind da zusammengekommen und da war man personell überfordert, weil viele Leute waren nicht bereit, dort zu helfen, sondern sie wollten vorne, wo die Sandsecke gefüllt werden, mit dabei sein. Und so hat man uns dann gefragt, ob wir vielleicht noch ein paar Leute schicken könnten und haben dann dort eine knappe Woche mit einigen Khunam ausgeholfen. Wie sieht das aktuell aus? Was leisten Sie aktuell noch für Hilfe? Ich denke jetzt auch im Nachhinein ist ja auch sehr viel Aufräumarbeit noch zu leisten. Gibt es jetzt aktuell auch noch Unterstützung von Ihnen? Momentan ist kein laufendes Projekt, aber sicherlich werden wir jetzt nach der Jalza Salana auch nochmal die Büros kontaktieren, weil wie Sie gesagt haben, die Arbeit ist ja nicht vorbei und werden weiterhin unsere Mithilfe anbieten und werden auch selbst recherchieren, was man noch machen kann. Wie ist das mit Geldspenden? Also wenn Sie jetzt Geldspenden bekommen und Sie haben ja auch aufgerufen, auch sicherlich auch innerhalb der Gemeinde, dass da die Gemeindemitglieder auch spenden. Was passiert da genau mit dem Geld? Genau, die Geldspenden, die jetzt insbesondere auf dieser Jalza Salana für diesen Zweck gesammelt werden, werden im Wesentlichen in zwei Dinge investiert. Nämlich einmal werden wir gucken, okay, wo können wir sinnvoll mit wenig Geld effektiv helfen, weil Sie wissen selbst aus den Nachrichten, dass einige Milliarden, 80 Milliarden, 90 Milliarden sind zur Verfügung gestellt worden. Da werden ein paar tausend Euro, auch wenn es 20.000, 30.000 Euro, die wir hier sammeln können, keinen Unterschied machen. Deswegen müssen wir wirklich gucken, wo können wir das Geld sinnvoll investieren. Und was wir gesehen haben, was eine sinnvolle Investition wäre, dass wir auch in Humanity First in der Zusammenarbeit mit der Chodamel Ahmadiyya mehr Ausbildung betreiben, dass wir unsere Jugendlichen für solche Einsätze noch besser ausbilden, noch besser vorbereiten, so dass wir auch überall in Deutschland ausgebildete Teams haben, genauso wie es bei dem THW und den anderen Rettungsorganisationen üblich ist, damit man sich noch effektiver einbringen kann. Und was sind jetzt noch für weitere Projekte momentan geplant? Humanity First ist ja auch übergreifend, also nicht nur in Deutschland aktiv, sondern ja auch von Ahmadiyya Muslim-Gemeinde in mehreren Ländern dann auch nochmal. Wie oder was für Projekte gibt es aktuell noch? Also Humanity First an sich ist ja in 41 Ländern dieser Welt, Alhamdulillah, als NGO registriert. Und beispielsweise Humanity First Deutschland kann dieses Jahr diese frohe Botschaft verkünden, dass Alhamdulillah das Waisenheim, für das wir in den letzten Jahren auch immer wieder zu Spenden aufgerufen haben, das ist jetzt fertig gebaut, da ist der komplette erste Stock bezugsbereit. Man hat eine Außenmauer gebaut, das muss jetzt nur noch eingerichtet werden und dann erwarten wir, dass in den nächsten zwei, drei Monaten auch die ersten Waisenkinder dann dort einziehen können. Wo kann man sich informieren über Ihre Organisation? Natürlich auf der Homepage humanityfirst.de, das denke ich ist der sinnvollste. Ansonsten die Jalsa-Besucher haben auch die Möglichkeit, den aktuellen Jahresbericht hier im ausgedrückten Format mitzunehmen. Herr Hertha, vielen Dank, dass Sie da waren, alles Gute. Und ja, wir wollen es nicht hoffen, aber wenn mal wieder so eine Naturkatastrophe stattfindet, dass Sie dann auch wieder fleißig dann helfen. Entschuldigung, möge alle uns davor bewahren, dass wir das alsbald tun müssen, aber wenn, dann möge alle uns verhelfen, auch unser Bestes zu geben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr klar, danke Ihnen. Bleiben Sie noch kurz bei mir. Sehr geehrte Zuschauer, wir bleiben nun weiter natürlich im Programm, zeigen Ihnen nun einen ganz kurzen Beitrag und werden dann mit weiteren Tabligh-Gästen hier auch wieder zurückkommen und werden dann auch noch mal einige Gäste befragen, wie Sie es hier auf der Jalsa Slana finden, zum ersten Mal hier dabei zu sein. Und da kommen wir dann gleich noch mal nach einem ganz kurzen Beitrag wieder zurück hier ins Studio. Assalamualaikum.